Wer sich öfters auf dem Messenger WhatsApp herumtreibt, um mit seinen Besten zu schreiben, sollte jetzt ganz besonders wachsam sein. Momentan ist ein verheerender Virus im Umlauf, der fatale Auswirkungen haben könnte. Gelockt wird man mit einem angeblichen Gutschein im Wert von 250 Euro vom Modegeschäft H&M. Zum 70-jährigen Jubiläum soll es für die Kunden etwas zurückgeben. Dass sich hinter der vermeintlichen Aufmerksamkeit aber eine hinterhältige Masche versteckt, um an euer Geld zu kommen, ist nur echten Kennern bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017